Jeden Tag stehen wir bereit, wo immer wir auch herkommen. Unterwegs durch Wind und Wetter und mitten im Verkehrstumult, um gemeinsam voranzukommen und die besten Produkte in der Fabrik herzustellen und auszuliefern. Ja, das sind tolle Sachen, aber die sind nicht immer ohne Gefahr. Wir haben schwere Maschinen, arbeiten in Lagerhallen, wo viel los ist und übersehen sie ganz einfach. Tja, deshalb achten wir auf uns selbst und auf andere, damit jeder wieder wohlbehalten heimkehren kann. Sicher auf der Arbeit, sicher nach Hause.